Aus dem das bisschen Sprit kostet da fast gar nix. Kostet da fast gar nix. Kostet da fast gar nix. Von Kostet. Genau. Ich muss erst noch zum Exit fahren hier. Ich muss hier das ineinander stecken wieder verhindern. So Black Lady ist sauer. Die ist gerade ins Bett gegangen. Mit Tablet oder ohne? Ich glaube ohne. Da hin. Also gehen wir da hin und dann da rüber und puh. Haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Ja machen wir jetzt. Da fahren wir die Fahrbahn da. Ja mir folgen. Wenn du anfängst einmal zu schlingern. Das ist so schlecht. Ich habe noch Federung. Verdammt. Bei einem Serviceanhänger rechts abbiegen. Dann einfach nur die Straße und links halten. Ja aber warst du von sich in der Garage? Ich war noch nie in der Garage? Ich war noch nie in der Garage. Oh. Den habe ich aus der Garage raus geholt und das war's. Ja ok. Was? Wo kam denn die Laterne auf einmal her? Was ist da wo das nicht herkommt? Wow. Haben Sie aber in letzter Sekunde noch ein Slankrad rumgerissen hier. Ich glaube bei mir nicht. Ich untersteu einfach nur mit dem Anhänger. Bist du links oder rechts abgebogen? Äh rechts. Bist du mit diesem Riesenanhänger so schnell? Verstehe ich überhaupt nicht. Du musst dich doch schon lange wieder eingeholt haben. Ach. Ok. Doch hier. Irgendwo häng ich. Ich habe keine Ahnung wo. Wo häng ich bitte? Ok. Muss ich mich mal anschieben? Ich sehe es gerade. Den habe ich gar nicht gesehen. Überhaupt nicht. Jetzt stehst du an dem Felsen. Du kommst nicht weiter rückwärts. Ach. Da fahre ich halt so lang. So wollte ich doch fahren hier. Geht doch. War der richtiger Weg. Jo. Richtiger Weg. Ja. 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 Du bist nicht an mir dran. Du hängst irgendwo anders dran. Ich war kurz an dem Hänger dran. Ja. Das hätte ich ja gesehen. geht. gar nichts. Gleich wenn ich hier lang fahre könnte ich vielleicht eventuell Anhänger verlieren. Ich muss Gas geben sonst roll dich rückwärts. Ja. Autowinde ist wirklich Autowinde. Das ist so. Wo 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 wo. Zieh Junge. Zieh. Zieh. Baum. 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 Nee. Der Baum zieht. Nochmal kurz zurück rückwärts. Ich wollte noch ein bisschen rückwärts. Halt. Halt. Wow. Komm mal ein Stück Reifen weg. Kannst du mich jetzt ziehen. Krumm. Irgendwie. Nee. Mich zerlegt sie. Komm. Wow. Genau. Das waren 210 Schaden. Nee. Mich irgendwie von hinten. Also war da hinten irgendwie ein Windelpunkt und mit CERN. Wir kommen nicht an dem einen Baum vorbei. Kann ich? Nee. Mach doch sowas nicht. Was denn? Genau in dem Moment fahren wo ich dich anwenden will. Oh. So. Ich will da hinfahren. Gar kein Problem. Ich verliere ab sofort Sprit. Kannst du mich irgendwie reparieren zufällig? Also Tank zum Beispiel. Ja. Danke. Okay. Was soll ich nochmal runterfahren? Könnte ich, könnte ich vielleicht hier so hinbekommen. Könnte auch vielleicht, wenn ich mich hier rausquere. Hier so hoch und dann hier so links herum. Wenn du mir so ein bisschen Winde geben könntest. Dann stört aber mit Sicherheit der Felsen. Nee. Wie war das? Ich verliere weiterhin Sprit. Können wir doch? Ich habe gerade noch 50 Schaden gekriegt auf dem Tank. Schadenskündig bin ich diesmal vermutlich Lockkost. Ja. Ich habe noch kurz überlegt, ob der Anhänger noch da ist. Äh, links rum. Ja. Ich bin doch links. Ich bin doch links. Ja, fahr doch links. Ja, fahr doch zu. Aber du hängst an meiner Winde. Ja, eben. Und ich gebe Vollgas und ich habe da hinten noch so ein Ding dran. Und ich verliere Sprit. Ich habe keine Zeit, Junge. Okay. Wollte ich dir gerade Sachen nochmal auf Gas zu geben. Okay. Kann ich auch trinken, ne? warte. Ich hänge links am Felsen. ja, minus reifen ob die ja niemals klappen, niemals klappen noch 270 liter jetzt hier lang, was zum au au jetzt wieder retour wir brauchen einen vier rossl hab ich dazu müsste man aber wenden können mich hier unten wenden, ja, ne Mist, ey fehlt eins nicht ja, da müssen wir halt zweimal machen äh, vorfahren, irgendwie mich dranhängen, dass wir doppelt ziehen können wo hab ich jetzt den Sprit her ich tank dich grad aus da hab ich aber keinen Sprit mehr ist schlecht ich häng mich dran ne 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 ich auch trinken don't drink and drive 16 leitern auch alleine dann hier rum steck hier mitten im baum drin ich weiß wirklich was über hier so rausfahren im baum und so und 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 ich spreche das so weit über 300 ich bin leer ich habe den Reifen verloren gar kein problem ich zieh dich einfach mit der Windel zurück rein technisch stehe ich warum mache ich den Windpunkt hinten na das ist doch kacke ich habe immer noch Sprit willst du einen Reifenwechsel machen? habe ich keinen mehr das würde sich gar nicht bei mir lohnen den Anhänger kriegen wir hier nie weg der hinterm Baum hängt das ist doch gut das ist doch das ist doch gut gut Vielen Dank.